Ihr wollt 300 Urgesteine fürs absolute Nichtstun? Dann müsst ihr nur in die Kommentare schauen und da habt ihr die drei neuen Gutscheincodes von dem Livestream zur Version 3.8. Das hier ist Code Nummer 1. Den könnt ihr entweder auf der Website direkt im Spiel eingeben oder ihr klickt auf den Link, den ich zusätzlich wahrscheinlich noch in die Kommentare poste. Alles funktioniert und das war Code 2 und das ist Code 3. Und wenn ihr die eingelöst habt, wie immer, sieht das Ganze dann so aus im Ingame. Ihr bekommt drei wunderschöne Nachrichten. Nachricht oder Code Nummer 1 waren 100 Urgesteine, 10 mal mystisches Verstärkungsserz. Code Nummer 2, 100 Urgesteine und 5 mal eine Satan Weisheit. Und Code Nummer 3, 100 Urgesteine und 50.000 Mora. Ihr klickt auf Einsammeln. Oh, ich wollte eigentlich alle zeitlich einsammeln. Egal. Ihr klickt auf Einsammeln und boom, bekommt 300 Urgesteine und die anderen Belohnungen auch. Super nice. Kann man nicht Nein sagen, will man nicht Nein sagen. Und ja, gönnt ihr euch auf jeden Fall. Wie gesagt, alles steht in den Kommentaren. Einfach den vorher genannten Anweisungen folgen. Viel Spaß mit dem Urgestein. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact.